Was lässt uns selbstbewusst durch den Alltag gehen? Mit erhobenem Kopf und einem lächelndem Gesicht? Wenn wir den Überblick behalten, wenn wir eine klare Sicht auf die Dinge um uns herum haben. Doch wie oft fühlen wir uns so? Entzündungen, das Älterwerden oder einfach zu viel Zeit vor dem Bildschirm beeinflussen unsere Sehkraft. Ermüdungserscheinungen, Flimmern oder Augenbrennen vernebeln unsere Sicht. Durch optimale Beleuchtung, gute Luftqualität und genügend Bildschirmpausen können wir unseren Augen helfen zur Ruhe zu kommen. Aber achten wir wirklich darauf. Augenkraft kann unsere Augen dabei unterstützen, den Weitblick zurückzugewinnen. Alles was wir für eine Stärkung unserer Sehkraft brauchen, finden wir in der Natur selbst. In Karotten, Beeren und Tomaten. Daraus ein einzigartiges Produkt zu machen. Einfach, alltagstauglich und wirkungsvoll. Genau das ist unser Antrieb. Unsere Leidenschaft. Dabei greifen wir auf Erfahrungen und Überlieferungen der vergangenen 5000 Jahre zurück. Und nur die besten Rezepturen, das was sich durchgesetzt hat, verwenden wir. Augenkraft verbessert die Durchblutung und die Sauerstoffaufnahme unseres Auges. Es regt Stoffwechselprozesse an und sorgt durch Karotinoide und verschiedene Vitamine dafür, dass wir Dinge bis ins hohe Alter hinein klarer und wacher erkennen. Aber brauchen wir das wirklich? Wir brauchen es dann, wenn wir unsere Augen stärken wollen. Tun wir unseren Augen etwas Gutes, schenken wir ihnen ein Kraftpaket. Augenkraft lässt uns den Durchblick behalten.